Die katholische Dreifaltigkeitskirche ist eine Votivkirche der Münchner Stände und wurde im Stil des bayerischen Barock nach Plänen von Giovanni Antonio Viscardi 1711 bis 1718 erbaut. Sie ist eine Klosterkirche der Karmelitinnen und eine Nebenkirche der Metropolitenpfarrei zu unserer lieben Frau in der Pacelli-Straße in München-Altstadt. Man löste damit ein Gelübde ein, welches aufgrund einer Prophezeiung von Maria Anna Lindmeier gegeben wurde und erhoffte sich durch den Bau im spanischen Erbfolgekrieg von den Österreichern verschont zu bleiben. Im Inneren sind bedeutende Werke von Cosmas Damian Asam, Josef Ruffini, Andreas Feistenberger, Johann Baptist Straub und Johann Georg Bader zu bewundern. Das Patrozinium wird zum Fest der Allerheiligen Dreifaltigkeit begangen. Während des Zweiten Weltkrieges war dies die einzige Kirche der Innenstadt Münchens, welche von der Zerstörung durch Bomben verschont blieb, der Innenraum.